Schaut mal, was gleich passieren wird. Nach diesem Tail-Dip bei meiner BMX-Show heute am Zug-Sports-Festival probierte ich eine neue Einlage euch zu zeigen. Dann passierte es. Ich stürzte. Bam! Aber daraus machte ich eine coole Tanz-Performance. Was hättet ihr in der Situation gemacht? Ich glaube, es hat keiner mitbekommen, oder?